So, hallo, hier ist Schlawina, hier ist wieder der Knochen Heute geht es mit dem Tournament Victory Day Diesmal mit den Panzern Ich habe drei wiedereinsträge hier, bei den Flugzeugen hatte ich ja keinen wiedereinstieg Wie man sieht, als Belohnung unter den Top 200 würde man die S-U-76 bekommen, bla 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 So, Premium Teil Ich habe gar nicht nachgeschaut, was das für ein Teil ist Wahrscheinlich wäre es eh nicht bekommen, deswegen Weil mich gar nicht dafür interessiert Wenn ich es bekommen würde, werde ich wahrscheinlich nicht Dann würde ich es zeigen, aber ich werde es wohl nicht bekommen Aber ihr könnt ja selber nachgucken, S-U-76, Cavalry Corps oder was da Und 500 Golden Eagles Aber wie gesagt, nur für die 200 Besten Ansonsten gibt es für jeden Habe ich in einem anderen Video vergessen zu erwähnen Für jeden fünften Sieg gibt es so eine Versorgungstruhe, wie man es ja kennt Und da können dann halt Ja, irgendwelche Booster mit drin sein Dieser Krempel halt und so Abzeichen, die eigentlich auch kein Schwein braucht Aber, mein Gott Kostet ja nichts Ich meine, wer Premium hat, der hat eh schon bezahlt Von daher ist ja vollkommen egal Es ist hier ein bisschen kniffliger, weil Warte mal, jetzt will ich mal kurz was gucken Wir sind wieder nur Russen Also irgendwie die Leute fangen nur Russenpanzer Hier, ich habe ja schon ein paar Matches gemacht Und die fangen alle nur Russenpanzer So wie ich auch, weil ich mir dachte Okay, mit den Russen bist du wahrscheinlich besser dran Und das sagte sich wohl jeder hier Und deswegen fahren alle nur Russenpanzer So, er fährt da hoch So wie ich eigentlich auch hochfahren wollte Und es ist natürlich ein bisschen kniffliger Weil am Boden hier gibt es natürlich viel mehr Versteckmöglichkeiten für den Gegner als in der Luft Das ist natürlich logisch Okay, hier bei der Karte, wie man sieht Haben wir noch KI-Unterstützung Mal gucken, ob ich gleich mal einen ausfindig machen kann Also mit diesem T-34 habe ich mich ganz gut geschlagen Mit dem macht man ja nicht so Ist ja auch ein bisschen blöd, wenn man gegen IS-1 antreten muss Den ich hier nicht mit bei habe Könnte auch eine KI sein Wo ich jetzt meine Artillerie raubschmeiße Gut, der ist weg Müssen wir nachladen, bevor es weitergeht hier Okay, wir machen uns also ein paar KI klar hier Und ein Spieler Ist hier auch nicht ganz so unsinnig Weil man ja dadurch die Verstärkung minimiert Aber man sieht Dieser T-34 Was ist das? T-5T Hat eine ordentliche Durchschlagskraft hier So, jetzt müssen wir aber trotzdem mal ein bisschen mehr cappen hier So, oh das nix Ich kann ja mal hochfahren Gucken, ob einer guckt Da ist noch einer Scheiße Ich muss dich natürlich darauf achten, dass Emin die ganze Zeit hier Die Kimme nimmt Okay Ah, jetzt habe ich mir gedacht, wie in einer Fahrschule hier Fuck yeah So, auch hinüber Jetzt läuft ganz gut Der Rotor vor Äh, ich habe ja nur zwei Panzer in dem Sinne Weil ich den IS-1 hier noch nicht gekauft hatte Oder habe Ich habe ihn noch nicht Wir machen den IS-1 Offensichtlich ein bisschen versteckter Scheiße, ich habe zu viel Autobotschips gespielt Und mit der rechten Maustaste um mich herum schauen Und mit C Das wissen wir Wie sieht es denn eigentlich aus hier Ganz gut 619 Punkte Nicht zu sehr auf den Lorbeeren ausruhen hier Ich muss weiter Ich meine hier ist wirklich ein guter Punkt Deswegen fahren wir auch normalerweise in die normalen Arcade-Mages 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 So Fahren ja auch die meisten Leute hierher Und wirklich mit die besten Punkte sind hier Oh, shit Ich bin hier Porky Good Porky Irgendwo muss er ja gleich erscheinen Scheiße, ich stimme Das war so effen knapp Shit Wow Mein Fehler Zu sehr gewackelt Und da hat es mich da hingerafft Passiert Ja, D5T T34-85, D5T Der war eigentlich ganz cool Hat man ja gerade gesehen Oh, jetzt muss ich mich mit Porky hier rumschlagen Ey, wieso bin ich hier? Ey Aber Porky pass auf Schickt hier was Ja, jetzt steht er hier dumm rum Und ich weiß natürlich nicht Ich glaub nicht, dass es Porky ist Ich glaub nicht, dass es Porky ist Ich glaub nicht, dass es Porky ist Dann irgendein anderer Schlappen Der offensichtlich weg ist Aber man weiß ja nie Nur weil der kurz verschwindet Heißt das nicht, dass er weg ist Ja, verdun mal vor Mission gescheitert So ein Scheiß Trotzdem erster Das ist ja blöd Gut, ich hab blöd gezielt Ich hätte auch voll die Wande zielen können Ah, ich glaub das war aus dem Winkel nicht so möglich Beziehungsweise nicht ohne, dass die Mein Geschoss dann irgendwie abrutscht Also abkrallt und die in den Boden geht Naja, trotz allem Und Abschlusshilfe ist auch noch mit bei So Oh, okay Immerhin, ich hab auch noch zwei Kills zusammengebekommen hier Das ist natürlich scheiße Und was mich auch richtig ankotzt ist Ähm Hat ich in dem Match davor gehabt Gut, wir haben eh verloren Darum gibt's jetzt nicht Aber Äh Spieler, die sich anmelden Und einfach nichts machen War beim Gegner so Da steht einer die ganze Zeit Den sieht man Hat man die ganze Zeit gesehen Am Spawnpunkt Auf der Minimap Hat man den die ganze Zeit gesehen Ich denk mir, sag mal Alter, will sich nicht mehr bewegen? Ne, wollte er nicht Und Ah ja, und dann das Match davor war bei uns einer Der kam rein Und ich weiß nicht, was ich Der ist dann wieder rausgegangen Oder so Und dann waren wir halt natürlich einer weniger Hat sie schon bemerkbar gemacht Aber ich meine, okay Der Tuba war wahrscheinlich eh scheiße So, wenn ich hätte wieder rausgegangen Vielleicht war der Kurs zu hart oder so Ich mein, der Kurs ist schon eine harte Karte Auf eine gewisse Art und Weise So So, okay Wir starten bei einer guten Position Die mag ich Zwar noch kein Garant hier Jetzt zu gewinnen Aber Man hat hier eine bessere Übersicht Für dich jedenfalls Wie man sieht, ja Ich wollte schon sagen Noch nicht aufgebaut Oh I'm sorry, my friend Auch wieder nur Russen Also Mit dem Panzer traut sich aber keiner Mit irgendwas anderem reinzugehen Außer außen Bei dem Panzer Ich kann es irgendwie Einfach nicht stehen bleiben Das wird wahrscheinlich eine relativ einseitige Sache hier Mehr oder weniger Vor mir ist noch ein Kollege Der er sich jetzt vorstellt Ents Visier, Mann Ents Hubsch Das ist Das ist Sacki hier Das ist so richtig Sacki Hier wird es jetzt ein bisschen kniffliger Halt, halt, halt Bleib stehen Bleib stehen Bleib stehen Bleib stehen Scheiße Ne, da Irgendwann in den Sand getroffen Ist ja kein Garant hier, ne Irgendwann auf Guck mal, noch nicht frei Scheiße Oh, der T-34 ist weg Okay, der hat da auch geschossen Ne, der ist ja doch noch da Aber ich komme hier Nergat vor, Rahan Eigentlich will ich auch nicht vorfahren Da kann man jetzt nichts schießen Sicher ist sicher Man muss ja auch damit rechnen Dass die anderen auch mal zuschlagen Okay, Arturys war jetzt Supernoti Oh, hinter uns Scheiße, was ist das denn? Ja, das war es ja dann wohl Also eine Scheißposition Ich bin in der beschissensten Scheißposition Die man sich vorstellen kann Vor uns kommt ja auch noch einer Und guck mal, die nehmen schon alles ein Das wird ein Scheiß-Match Oh, holy shit Und gleich noch ein IS-1 Eine Sekunde Oder eine Viertelsekunde Und ich hätte den Fucker zerschossen Ah Jetzt hat es ihn zerlegt Nee, der liegt ja auch noch Get the fuck, bitch Das ist auch noch IS-1 Ist natürlich schon ziemlich beschissen dran Was sehe denn im Moment Ich sehe sie Aber ich will auch nicht mehr vorfahren Ich bin jetzt eigentlich auch so blöd Ich meine, die Runde ist eh verloren hier Ja, auf jeden Fall so läuft's So sieht's aus Wie meine Art, die nichts trifft, ne Das ist schon der Wahnsinn Ich glaube, er hat einen zerlegt Ich will ihn eigentlich mehr oder weniger als Schild nehmen Er hat auch nur so Bock jetzt vorzufahren Kann ich verstehen Ja, jetzt stehen wir ein bisschen blöd rum Okay, die Runde ist eh gelaufen Das war nicht so spannend Und wir denken uns Ja, scheiß der Hund drauf Gute Nacht, Marie Gute Nacht Mission gescheitert Trotzdem Das war's Das war Victory Day Oh, da war's Naja, zu spät Tournament Victory Day Mit den Ground Forces Ähm, ja Auf jeden Fall Ist einfach Flugzeug ist klar Kann sich keiner verstecken Du siehst sie sofort Wenn sie in Reichweite sind So auf sieben Kilometer Zehn wie auch immer Hier ist es ein bisschen kniffliger Trotzdem Unterhaltsam Ähm Muss ja jeder selber wissen Das läuft noch bis Montag um sieben So wie wir uns oft kennen Von den Tournaments Wie gesagt 60 Schlachten kann man maximal machen Man müsste so einen Gutschein bekommen haben Eigentlich auch beim Einloggen Wer ihn noch nicht hat Lockt halt ein Und dann könnt ihr diese Tournament mitmachen Ihr könnt halt nur mit diesen Modellen rein T34 Und Warte, ich zeig's Mal in den Kunde Also hier Seht ihr jetzt T34 Dann T34 85 T5T IS1 M24 M4E2 Und M4E3 Sherman Firefly Comet Und Challenger Sind bei mir rot Weil ich sie noch nicht habe Ist ja klar Da ich ja alles mögliche Durchfahre Ich sollte mich mal Vielleicht auf eine Nation konzentrieren Aber dazu machen die anderen Auch so viel Spaß Und wie gesagt Ich habe erst vier Schlaften gespielt Einer hatte ich jetzt nicht aufgenommen Oder zwei Zwei Ich habe nicht aufgenommen Die anderen habe ich gespielt Und hier sieht man es auch Bei den Flugzeugen Jagd LR 5N P63 Und so weiter Und so fort Wisst ihr also Bescheid Nur die Modelle könnt ihr fliegen Und ansonsten Ja Alle 5 5 Runden Die ihr gewinnt Kriegt ihr halt so eine Battle Trophy Und da ist halt Irgendein Booster drin Oder so eine Bemalung Also wie gesagt Müsst ihr selber wissen Auch für die Diejenigen Die jetzt nicht wissen Was sie sonst machen sollen Die können halt hier zum Beispiel Die Kroniken spielen Oder was auch immer Es gibt ja eigentlich noch genug zu tun Hier Also Danke fürs Zuschauen Viel Spaß noch beim Zocken Hinterlassen ein Abo Würde mir helfen Tut euch nicht weh Und dann sehen wir es beim nächsten Mal Also haut rein Ciao ciao Ciao